Ni hao meine lieben Reichsverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Leute ihr seht es gibt wieder 50 Megaboxen und wir werden diesmal wieder 50 Megaboxen auf 50 verschiedene Accounts öffnen Diesmal tatsächlich ist es jetzt am besten weil jetzt kann ich alles ziehen Falls ihr das letzte Video noch nicht angeschaut habt, dann habe ich schon mystisch etc. gezogen Und wird auf jeden Fall mega mega nice Leute schreibt gerne in den Kommentaren ob ihr immer diese 50 kostenlose Megabox Opening sehen wollt Und lasst auf jeden Fall gerne schon mal einen Daumen nach oben Ganz wichtig Leute ihr seht das Halloween ist dort Die Skins habe ich übrigens noch gar nicht gekauft auf meinen Hauptaccount alle Und ja schreibt mal gerne in den Kommentaren ob ich auch darüber ein Video machen soll Ansonsten Leute ganz ganz wichtig wenn ihr euch was gönnt würde mich sehr freuen Creator Code Pookie und lasst gerne einen Daumen nach oben schon mal auf dem Video Und dann würde ich sagen Leute wir machen ein Uncut Video Ich werde jetzt 50 Megaboxen öffnen Und hoffe ich ziehe was Gutes Ich weiß nicht wie viel Prozent ich bei meinem iPad habe Achso genau falls ihr euch wundert warum ich jetzt Ich glaube ich habe jetzt fast eine Woche nicht mehr gestreamt Ich war 4 Tage bzw. 5 Tage bei meinen Eltern in München Also hat meine Family besucht Bin gerade erst übrigens auch nach Hause gekommen Und drehe jetzt auch direkt das Video Und der Boxer Let's go So Pin-Pakete gibt es auch Da bin ich mal mega gespannt was mein Hauptaccount so hergibt Ähm ja was ich zum Update sagen muss Leute Ähm Ja Es ist halt Ich weiß nicht Es ist schwer zu sagen Ich fühle das Update Overall ist okay Aber es sind halt wieder nur Skins und Ja Skins eigentlich Der neue Brawler kommt wahrscheinlich erst wenn der Brawlfest endet Und der endet nur erst in 8 Tagen Das heißt in dem Sinne 8 Tagen relaxen Und mal gucken wie ich den neuen Brawler finde Und nochmal 6 Let's go Oh Lol Colette Colette ist nice Colette ist nice So Wie gesagt man kann jetzt hier mega mega viel ziehen So Und 5 Schade Hat nichts zu gönnen Ihr seht ich habe mir extra 50 Accounts gemacht Ne das ist so Das hat so lange gedauert So Nächster Account Ich muss echt sagen Dieser Screen sieht mega geil aus Ne Der Screen sieht echt mega nice aus Und nochmal 6 Und nochmal Colette Hä Nice Also meine Accounts werden Leute Meine 50 Accounts werden Road zu Alle Brawler auf den zweiten Account Cover Oh ich sehe das jetzt hier Hier hat man ja alle Skins Ne Oh hier habe ich sogar noch eine Brawlbox kostenlos Die nehmen wir natürlich auch mit So let's go 5 Oh lol Hä war 6 Ich habe gerade gar nicht hingeguckt So Opening Level 8 Leute wenn ich Falls ich einen Account vergessen sollte Schreibt es gerne in den Kommentaren Dann mache ich das Lock ich mich dann nochmal ein Und nochmal 6 Und Penny Ich sag es euch Ich freue mich jetzt auf die nächsten Mega Boxen Leute Lasst unbedingt ein Abo da und aktiviert die Glocke Wenn ihr nichts verpassen wollt Wenn nochmal 50 kostenlose Mega Boxen gibt Dann Das ist so heftig Bei den Accounts wo ich nichts ziehe Die werde ich beim nächsten Mal Eigentlich fast zu 100% was ziehen So Landen die Opening 10 Come on come on Und 5 Schade So dann gehen wir mal bei Landen die Opening 11 Bisher Colette zweimal Colette gezogen Ist nicht schlecht Dann blinkt nix Ich würde fühlen wenn ich einen Legendary ziehe Ich würde fühlen wenn ich einen Legendary ziehe Wie gesagt Leute auf den Account habe ich bisher nur kostenlose Mega Boxen geöffnet Let's go Schade Eigentlich Ich muss aber auch sagen Ich habe eigentlich viel Glück mehr bei Mega Box Openings Auch wenn ich mit den anderen Jungs Videos drehe Habe ich eigentlich immer Glück 5 Oh hier habe ich sogar schon Penny Also bei den meisten Ich zeige euch nochmal die Accounts Sehen die Accounts ungefähr so aus Manche haben einen Brawler mehr Manche weniger Aber alle Accounts haben gleich viele Boxen geöffnet So meine 14. Mega Box 6 Ok Und Rico Nice Ein Super Rare fehlt hier nur noch So 15 Ich bin mal gespannt ob ich Ja Legendary oder so mal ziehen kann Da würde ich mich schon drin sehen Let's go Das dauert nochmal bis die Mega Box lädt 7 Nice Das erste Mal 7 glaube ich jetzt auf dem Account Nice Poco Und Byron Oh Nice Ein Mystisch Brawler Sehr sehr schön Mein erster glaube ich Habe ich ein Mystisch auf einem anderen Account? Ich überlege gerade Ach 7 Nice 6 Ok I like it Und Nani Nani Sehr sehr schön Ok Sehe ich mich drin Leute Da sehe ich mich drin So Und 5 Ah Schade Ok Byron Byron ist ein nicer Pick Hier habe ich die Zahlen vertauscht 7 8 8 17 18 19 Beim Account erstellen Gehen wir jetzt Bei der 18 rein Mal gucken Gön Ach Schade Ok Dann gehen wir bei 19 rein Na also Ich will schon noch 2-3 Mystisch ziehen Jetzt ist halt wie gesagt Alles offen Ich kann halt Echt Blenden Der ist ziehen Und 6 Schade Aber wir ziehen was Penny Und 20 So Leute Wir haben jetzt gleich die Hälfte durch Wir sind jetzt gerade bei 20 Und gezogen haben wir bisher Nicht schlecht Muss ich gestehen Nicht schlecht Aber da geht auf jeden Fall noch was 5 Schade So 21 Gön Ah Schade Wieder 5 So Nummer 22 Übrigens für morgen habe ich ein sehr sehr geiles Video für euch am Start Checkt auf jeden Fall auch das Video für morgen ab Beziehungsweise von morgen Let's go 6 Und Penny Ah Also ich kann mich nicht beschweren Ich kann mich nicht beschweren Weil umso mehr die ganzen Müll Also Müll Brawler Anführungszeichen Gezogen werden Dann kann ich später halt nur noch die guten ziehen Das ist spannender für euch Nichtsdestotrotz will ich ein Legendary ziehen Ich sehe Lol Hier habe ich sogar Bust Hier habe ich einfach Bust Lol Ich kenne die Accounts Wie gesagt alle nicht auswendig Weil ich glaube ich da ja nur ein für Video Oh Ihr seht auch Im Battlelog ist auch nichts Ich spiele da drauf Also ich glaube ich da immer nur ein für ein Video 5 So ich muss mal ganz kurz gucken Ob mein iPad genug Akku hat Okay 51% passt So let's go Und 25 Jetzt ist die Hälfte durch Das ist jetzt die Hälfte des Accounts Mal gucken Und Gen Ah schade Oh lol Hä 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 Ich habe jetzt gerade bei 5 verbleibende was gezogen Oder zu schnell geskinnt Hm Interessant Interessant So Ich überlege gerade ob ich die Brawler upgraden soll Damit ich auch später Star Power ziehen kann Schreibt es mal gerne in den Kommentaren Dann mache ich das auch noch 27% So Ah Ich muss echt an diese Hello So Leute special offer der Fußball der Wills gilt Was macht der denn 6 Und Rosa Die habe ich vor lange nicht mehr gezogen Lol Interessant Nummer 28 Let's go Level 28 5 Oh Ne Nicht schon wieder So 29 So Wir machen ein bisschen Musik lauter Leute Let's go Die letzten Boxen Oder was heißt die letzten Boxen Aber Wir nähern uns langsam dem Ende Die 30ste Box Die 30ste Box So Landi lost 30ste Box Und Gönn Ah Na 20 Accounts haben wir noch Oh come on Einmal was gutes Gönn Lol Das ist ja gar nichts gewesen Aber Nichtsdestotrotz Wird dann die nächste Box Bestimmt mega heftig Leute Ich wundere Meine Stimme ist Bin gerade lost Leute Ich bin legit Erst aufgestanden Ich bin vorhin erst nach Hause gefahren Hab dann geschlafen 2-3 Stunden Und bin jetzt wach Oh 6 Ihr wisst ja Mit meinem Privat-Helikopter-Kapper Muss ich mich immer konzentrieren Beim Fliegen Ähm Nani Nice Nani Leute habt mal ein Hashtag Nani In den Kommentaren Bei dem Video Wenn ihr das Video bis jetzt Angeschaut habt Kuss geht raus Und alle Leute Die das Video immer bis zum Ende angucken Aber Nicht abschalten Wir haben noch Ganz viele Boxen Hashtag Nani Nani Ich glaube ich muss die Brawler auch upgraden Wenn ich mich nicht täusche So 34 Ich muss echt sagen Diesen Loading Screen Sieht echt nice aus Muss ich sagen Props an Supercell Sieht echt gut aus So 16 Accounts haben wir noch vor uns Übrigens Schreiben ganz viele Leute Wann ich meinen Code wieder zurückbekomme In den Kommentaren Ich kann das euch nicht sagen Weil ich das nicht weiß Ich weiß auch nicht Ob ich ihn jemals zurückbrauche Ich weiß dass Clash Games Jetzt wieder im Programm drin ist Ja das muss man mal schauen Leute Das muss man mal schauen 4 4 ist so schlecht 4 ist so schlecht Naja Come on come on come on Gun Gun Ah Ihr seht Manche Accounts Haben mehr Glück Manche weniger Ich sage Leute Auf dem Hauptaccount Ich habe so viele Kisten geöffnet Für Spike Damals Ich habe bestimmt 1000 Brawl Boxen geöffnet Kein Witz Ich habe bestimmt 1000 Brawl Boxen geöffnet Für Spike Und dann habe ich ihn irgendwann mal random gezogen Aber damals habe ich noch keinen YouTube gemacht Also Ja genau So 39. Account Let's go 5 Och nö Wir haben nur noch 10 Accounts So Lani Ich will Leute Ich hoffe Ich drücke niemals Auf diesen X Ne Weil So ein Account Hier raus Löschen Das wäre Katastrophal So 10 Boxen noch Du selbst geht das Video 15 Minuten Du hast ziemlich solide Aber ziemlich schnell geöffnet 6 Und Karl 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 ist mein Name Schön für dich Karl Aber Karl aktuell in der Minita ist nicht besonders gut Ich bin nur gerade allgemein Leute Weniger am pushen Beziehungsweise Ich habe ein paar Tage Powerliga gespielt Hab dafür ein cooles Video für morgen Aber aktuell muss ich ehrlich gestehen Bin ich nicht so motiviert zu pushen So 43 43 5 44 Schauen wir mal, schauen wir mal Und gönnen 6 nochmal, okay, die Spannung steigt Da sehe ich mich nicht füllen Da sehe ich mich nicht füllen So, Account Nummer 45, Leute, let's go Die letzten 5 Boxen 5, oh I don't like this 46 Come on, gönnen 3 Oh, bitte Übrigens, Leute Stream ich vielleicht heute Abend Ich weiß das noch nicht Bin mir noch nicht sicher Muss ich mal, entscheide ich mal spontan Let's go Und 6 Okay Und Rosie Hier habe ich Raps auf dem Account Sehr interessant So 48 Die letzten 3 Boxen, Leute Lasst auf jeden Fall Schauen wir mal unbedingt einen Daumen nach oben Da, Leute Falls ihr es noch nicht getan habt Würde mich sehr freuen Wie gesagt, gerne Shockgrader Okay, Leute Letzter Account Magic Glück Letzter Account Okay, schade Leute, ich hoffe, ihr habt das Video bis zum Ende angeschaut Lasst einen Daumen nach oben da gelassen Wir sehen uns vielleicht heute Abend im Stream Oder sonst morgen bei einem weiteren Browsers Video Macht's gut Und haut rein